Ein Mini Cooper Deep Countryman steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem großen grauen, fünftürigen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 9000 km. Die Erstanmeldung war Ende 2014. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Xenonscheinwerfer, Tagfahrlicht, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt einer Leistung von 111 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 4,2 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. itelmusik Gargket